Ich bitte damit ein Gericht zu. Remi. Remi. Ist mir egal, solange ich nicht in seine Hose muss, um den Fisch rauszusuchen, ist alles in Ordnung. Das ist ja mit dir heute verkehrt, ey. Was ist denn jetzt? Kann ich das jetzt alles mitnehmen? Krass. 50. Sammle ich mal ein. Okay. Hier aufruft sich. Von der Butter. Ich bediene mich mal in deiner Küche. Wenn du das ja nicht brauchst. Ah, Zwiebel. Mais, Basilikum. Hier, aufruft sich. Basilikum habe ich doch eigentlich, oder? Ist mir ja geschenkt ein Gaul. Guck euch ins Maul. Was eigentlich braucht er nämlich gern. Ich muss diesen blöden Fisch finden. Regenbogenforelle. Gut, ich denke, jeder meint das ein Kind. Unsere Katze schreit wie unser Kind. So. Auch hier. Zucchini, Aubergine. Die nehme ich noch mit. Bananen. Das andere habe ich alles da. Vielleicht auch den Salat. Davon habe ich keine 50 Stück da. Ich glaube, ich nehme den echt die ganze Küche auseinander. Ja, 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 ja. Komm. 50. Inventar. Ja, wir haben jetzt so viel von dem Zeug. Aber ich suche immer noch. Dein Fisch. Kühlschrank ist der auch nicht. Hier ist der auch nicht. Da. Was ist das denn? Milch. Milch. Nehme ich mit. Milch will ich. Milch will ich. Genau. Das darf ich auch mal. Okay. Käse. Nehme ich mit. Okay. Eier. Habe ich zwar welche, aber nehme ich trotzdem mit. Was zu beweisen wäre. So, ich stehe gleich mal auf. Hab das gesagt. Ich stehe gleich mal auf. Dann zeige ich, dass ich welche habe. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe ganz vergessen, dass du mit der Kamera aufniffst. Fisch. E. So. Okay. Was machen wir denn dazu? Etwas auf der Schiene. Mit Butter. Ich weiß nicht, was wir da alles so reinmachen können. Basilikum. Ich weiß, das wird das schlimmste Fraß überhaupt. Aber egal. Ja. Oregano, Basilikum und kochen. Okay. Ich zeige Rami, 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 was ich gekocht habe. Danke. Gut. Finde eine Frucht in der Rami, ich küche und bereite damit ein Gericht. Also, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit kochen soll, kann ich das machen später. Da war ich jetzt absolut keine Zeit. Ähm. Ein, was will der, was, nee, 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 komm, 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 lass mich mal hier. Eine Frucht. Was ist denn hier eine Frucht? Ist das ein Apfel oder ist das eine Tomate? Ach, schön. Ähm. Das macht Spaß jetzt zu zerten, muss man ja ehrlich sagen. Eine Frucht. Ist das Basilikum? Nein. Nee. Fische sind auch keine Früchte. Das ist so schlau. Ach, das heißt, ich muss die ganze Scheiße einsammeln. Okay, dann machen wir mal das hier. Ähm. Apfel. So einsammeln. Einsammeln. Einsammeln habe ich zwar welcher von. Und bevor ich jetzt hier alle wieder ab, äh, immer hier holen soll und so weiter, sammle ich das jetzt mal bitteschön hier ein. So Weizen. Das wird ja eine schöne Kochstunde mit der Ratte, die dann auch der Hauptgast sein wird. Wollte gerade der Hauptgericht sagen, ist aber eigentlich auch dann das Hauptgericht. Ratten Thui heißt es dann. Ähm. Salat, Zucchini, so ein paar Sachen nehme ich mit. Ein Salat Ratten Tomaten Sandwich. Die Ratte kommt dann zum Schluss mit rein. Mh, lecker. Ein alackiges Ratten Tomaten Sandwich. Ja, so, Aubergine, Aubergine, Aubergine. Okay. Die Katze hat gekackt. Man riecht es. Ähm. So. Apfel. Danke für die Info. Ähm. Apfel mit einer Zwiebel. Aber in Wirklichkeit hat Meiersteepau die ganze Zeit gepupst. Was haben wir noch hier? Apfel mit einer Zwiebel und einer Banane. Und das wollen wir kochen. Apfel, Zwiebel, Banane. Inke. Gegröntes Gemüse. Ja, kann man machen. Ihhh. Hier ist alles möglich. Kocht sowas bitte nicht. Machen wir kurz Pause. Ich muss mir die Nase putzen. Wer soll das essen? So. Ey, wo der Heuterputze. Willst du bitte eine Aufnahme haben? Ah, Mensch. So. So, jetzt kommt noch ein deftiger Salat. Mit Fleisch, Fisch und Macaroni. Habe ich den irgendwie hier drinnen? Deftiger Salat, hier. Ich will ja auch nicht wissen, was du da gemacht hast. Ja, Möhren. Dann wird ja jede Schwange drin, dann hier durch. Ah, wie eklig. Auf jeden Fall einmal Salat. Haben wir hier Möhren? Oh Gott, jetzt fängt der schon wieder mit Möhren an. Was ist das denn? Mann. Hä? Nee. Ich gehe da mal rein. Den Salat. Dann irgendwas anderes. Eine Paprika. Und eine Aubergine. Aubergine. Ach, keine Ahnung. Eine Aubergine. Deftiger Salat. Ist egal, was man reinsteckt. Die Möhre heißt aber nur Gemüse. Ähm, gut. Wollen wir das mal abhaken? Ich muss das nochmal langsam wiederholen. So. Hier ist ein deftiger Salat. Guten Appetit, du kleine Ratte. Hast du gerade gesagt, egal ob man es reinsteckt, die Möhre bleibt Gemüse? Ja. Keine Ahnung. Eine Pizza Margherita. Oh nein. Nein, ihr meint keinen Bösen bitte. Ich dachte, sie wäre beerdigt worden. Das wird sie nicht weiter ausführen. Die Pizza Margherita habe ich allerdings keine Ahnung. Was da wirklich drin ist. Oh, schön. Das tut mir. Kann man mal jemals sagen, Ach, was ist da was? Was heißt denn das? Ich google einfach mal. Er googelt jetzt mal nach. Rezept. Pizza. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. Yes, I do.